Heute fand das Event mit Shiny Frigometrie statt, ich habe ein bisschen was abgesahnt, dann eine Gratis-Box im Shop, seht mal nach, und Sekrom im Raid. Genau, Shiny Frigometrie beim Fangkunst-Event mit Typ Eis. Es gab eine befristete Forschung für alle gratis und wenn man sich ein Ticket im Shop gekauft hat, konnte man genau diese selbe, gleiche, nein eher gleiche, oder, nochmal machen oder parallel dazu eigentlich. Die Shiny Chance war auf jeden Fall erhöht, doch garantiert nicht so enorm wie bei einem Raid-Day oder bei einem Quest-Day, sondern ich tippe eher auf in die Richtung Permaboost. Das wäre 1 zu 64, also wenn man alle Forschungen gemacht hat und vielleicht auch noch ein paar Feldforschungen, dann war mit ein wenig Glück schon ein Shiny dabei, doch ich bin mir sicher, einige werden gar keines bekommen haben. Dafür habe ich aber auch noch ordentlich abgesahnt, nämlich mit einem 100er. 11,99 WP waren bei mir am Start. Über das 100er habe ich mich sogar fast noch mehr gefreut als über das Shiny, weil das natürlich viel seltener ist. Das werde ich auch direkt dann pushen und mal in der Hyperliga verwenden. Nur aus Spaß und Freude, weil so wirklich stark ist es eigentlich nicht. Schnäppke und Arktipp waren erhöht in der Wildnis. Die musste man dann auch bei einigen Schritten fangen in verschiedenen Stückmengen. Schnäppke habe und hatte ich sowieso schon häufigen Shiny. Von daher habe ich mich vielmehr über drei schillernde Arktipp gefreut. Mehr Arktipp in Shiny als Frigometrie. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach Glück hatte oder bei Frigometrie eher Pech. Vermutlich beides so ein bisschen, doch damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wer bei Hisui Atmurai nicht zufrieden war, weil es da vielleicht Probleme gab beim Hisui Atmurai Raid Day. Da hat Niantic dann die Raid Dauer um eine Stunde verlängert. Und nun haben betroffene Personen auch eine kleine Entschädigungsbox im Shop. Vermutlich von uns nur relativ wenige. Außer ihr habt irgendwie einen Fernraid schon gemacht, bevor das Event bei uns am Start war. In dieser Entschädigungsbox ist ein Fernraid Pass drin, ein Glücksei und ein Sternenstück. Wir wissen mittlerweile, dass Niantic eigentlich herausfinden kann, wer hat wann einen Raid gemacht. Und dann könnte man genau die verlorenen Raid Pässe entschädigen. Das wurde nämlich einmal schon so gelöst. Aber die faule Variante, die Niantic seither dann immer gemacht hat. Ach komm, hier ne Box mit einem Raid Pass oder mit drei Raid Pässen. Völlig egal, wie viele Raid Pässe ihr verloren habt. Nehmt in einen oder Pech gehabt. Und seit heute ist wieder Zekrom im Raid. Ich habe noch direkt nach Eventbeginn einen Regiram Raid gefunden. Danach haben die Zekrom Raid Eier übernommen. Typ Drache und Elektro. Wir haben schon viele gute Drachen-Pokémon, wie ich immer so schön sage. Also man kann Zekrom auch als Drachenangreifer verwenden. Doch viel stärker noch beim Typ Elektro. Hier hätte man eigentlich gerne die Ladeattacke Kreuzdonner. Doch die rückt Niantic momentan nicht raus. Bedeutet, wenn ihr die haben möchtet, müsst ihr eine Top-Lade-TM ausgeben. Alternativ verwendet man Stromstoß. Geht auch in Ordnung. Doch mit der Event-Attacke ist Zekrom noch viel stärker. Drei Personen würde ich schon empfehlen. Im Duo kann man Zekrom vielleicht schaffen, wenn man Mega-Entwicklung verwendet. Und in einem Team spielt. Mit dem Team-Power-Party-Power-Buff. Wo dann immer die Ladeattacken verdoppelt werden. Da schafft man Zekrom garantiert auch zu zweit. Doch drei Personen oder noch mehr wären schon ratsam. Das ist so ein Kandidat, wo die Ladeattacken einen gewaltruhen Unterschied bewirken. Denn wenn es nur die beiden Elektro-Attacken hat, dann überlebt man ja mit einem Protokraudon oder vor allem Mega-Knack-Krack ultralange. Weil Elektro gegen ein Drachen-Pokémon nicht so effektiv und Boden eigentlich immun. Also wenn ihr mit wenigen Leuten spielt, ist es wirklich sehr von den Attacken abhängig. Ja und Mega-Altaria haben wir dann ab heute im Mega-Raid. Und Achtung, da könnte man meinen, ja, beide Typen schwach gegen Eis, oder? Das sollte ja richtig einfach sein. Nein, Altaria, da sind beide Typen schwach gegen Eis. Doch bei der Mega-Entwicklung verliert Altaria Flug und bekommt den Typ Fee dazu. Oder aber wie immer Mega-Raiquaza mit den beiden Flugattacken. Einfach nur neutral und Raiquaza denkt sich so, was sind eigentlich schon Typ-Effektivitäten, oder? Ich werde, sobald das Video fertig ist, noch ein kleines Ründchen drehen und mein Glück versuchen. Vielleicht bekomme ich noch das eine oder andere Shiny. Schön wäre noch Schnee im Hintergrund. Denn wir hatten heute permanent, durchgehend, wo ich gespielt habe, Schnee. Und da noch dieses Schnee-Feeling im Spiel. Höhere IV, mehr Sternenstaub beim Fangen. Und der schöne Hintergrund, das hätte wirklich gepasst. Ja, und sorry für meine Fangkünste manchmal. Mein iPad war durchgehend nass. Ich hoffe, ihr habt mindestens ein Shiny bekommen und bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Boop, boop.